Die Vorbereitungen für die Invictus Games Vancouver Whistler 2025 sind durch einen schrecklichen Zwischenfall gefährdet worden, in den die Herzogin von Sussex Megan Markle verwickelt war. Berichten zufolge wurde Markle nach einer unglücklichen Begegnung mit einem wütenden Veteranen im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Spiele ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vorfall, bei dem Markle in Ohnmacht fiel und Prinz Harry in Tränen ausbrach, hat ganz Kanada schockiert, da sich das Land auf den einjährigen Countdown zu den Invictus Games vorbereitet. An einem scheinbar gewöhnlichen Tag der Vorbereitung auf die Veranstaltung kam es zu einer Tragödie, Markle, eine glühende Befürworterin der Spiele und Verfechterin der Rechte von Veteranen, wurde von einem nicht identifizierten Veteranen angegriffen. Augenzeugen beschreiben Szenen von Chaos und Panik, als das Sicherheitspersonal schnell eingriff, den Angreifer festnahm und Markle zur medizinischen Notversorgung ins Krankenhaus brachte. Die Nachricht von Markles Tod hat nicht nur die königliche Familie, sondern auch die gesamte internationale Gemeinschaft erschüttert. Der Vorfall hat einen Schatten auf die bevorstehenden Feierlichkeiten geworfen und das, was eigentlich ein freudiger Anlass sein sollte, überschattet. Als Reaktion auf den Vorfall haben die Organisatoren eine dringende Neubewertung der Sicherheitsprotokolle der Invictus Games eingeleitet. In Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden wurden verstärkte Maßnahmen ergriffen, darunter verstärkte Überwachung, strenge Hintergrundkontrollen und eine erhöhte Präsenz von Sicherheitspersonal, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Trotz der düsteren Atmosphäre, die nach dem Vorfall herrschte, gab es auf der ganzen Welt Unterstützungsbekundungen, Solidaritätsbekundungen und Glückwünsche in den sozialen Medien. Der Vorfall hat die Diskussion über die Herausforderungen, mit denen Veteranen konfrontiert sind, neu entfacht und die Bedeutung umfassender Unterstützungssysteme deutlich gemacht. Während die Vorbereitungen für die Invictus Games unter erhöhten Sicherheitsanforderungen weitergehen, erinnert dieser Vorfall eindringlich an die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die die Spiele feiern. Während Makele sich erholt, freut sich die Welt auf ihre baldige Genesung und bekräftigt die Invictus Games als Symbol der Einheit, des Mutes und des Triumphes über Widrigkeiten. Vielen Dank.